Vier Polizisten machen sich im Wohnungseingang eines Hausbewohners in der Nähe von Mannheim breit. Sie behaupten, hier hätte es eine Ruhestörung gegeben und sie verlassen die Wohnung nicht, obwohl der Bewohner sie immer wieder auffordert, betreten sie meine Wohnung nicht. Und es kommt noch dicker, sie wollen da noch die Personalien des Bewohners sehen. Das Video dazu, das live im Internet gestreamt worden ist, macht gerade viral die Runde. Wir schauen uns mal an, ob Polizisten einfach so eure Wohnung betreten dürfen, weil man euch eine Ruhestörung vorwirft und ob die auch ohne weiteren Grund Personalien kontrollieren dürfen. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich auch zum Thema Polizei und Recht und Ordnung up-to-date bleiben wollt, denn wir berichten hier immerhin seit 14 Jahren und sind auf dem Weg zu einer Million Abonnenten und geben euch eure tägliche Dosis recht. Der Protagonist unseres heutigen Geschehens ist ein Bürger, ein Journalist, der plötzlich die Polizei in seiner Wohnung vorfindet, ungebeten und mit der Begründung einer polizeilichen Maßnahme. Das Video, was er gedreht hat, war ein Livestream und das beginnt im Eingangsbereich seiner Wohnung. Der filmende Bewohner, der fragt die insgesamt vier Polizisten nach einer Rechtsgrundlage für das Betreten seiner Wohnung. Das schauen wir uns als allererstes einmal an. Gucken wir mal rein. Also erstmal ja, er sagt, sagen Sie mir, was ist die Rechtsgrundlage und ihr seht eine Beamtin mit kurzen blonden Haaren, die ist bis zum Ende mit beiden Füßen steht die in der Wohnung und der Bürger versucht es noch öfter. Jetzt die Polizistin dazu aufzufordern, hier rechts die Wohnung zu verlassen. Sie können mich jederzeit vorladen und sie gehen jetzt aus dieser Tür raus und hören auf, mich weiter zu blässigen. Also die steht hier vorne rechts drin. Ihr seht also, es sind insgesamt vier Beamte. Eine Beamtin mit einem kurzer Schnitt, der gleich auch noch wichtig werden wird, steht schon in der Wohnung drin. Für mich als Juristen ist es völlig nachvollziehbar, dass der Mann die Polizei nach der Rechtsgrundlage fragt. Und der Polizist erklärt dann, dass es sich um eine polizeiliche Maßnahme handele, welche durch eine vermeintliche Ruhestörung ausgelöst worden sein soll. Also das können wir uns ja auch mal anschauen, was die Antwort auf die Frage ist, was machen Sie hier in meiner Wohnung, wie kommen Sie dazu, in meine Wohnung zu gehen? Gibt es hier eine Ruhestörung? Hören Sie eine Ruhestörung? Welche Ruhe wird hier gestört? Meine Ruhe wird gestört. Rechtsgrundlage bitte. Also der ist natürlich auch hart drauf. Er sagt, nur meine Ruhe wird gestört. Die Polizei ist natürlich informiert worden wegen einer Ruhestörung. Deswegen sind sie erst mal vorbeigekommen. Und die Polizei behauptet, sie sei im Recht. Das hört ihr hier. Wenn nicht, hat die Kollegin recht. Die Kollegin hat recht. Also wer recht hat oder nicht, entscheidet man dann vor Gericht. Das entscheidet nicht die Polizei. Sind wir einverstanden? Also, da geht es darum, wer ist hier im Recht, diese Maßnahme durchzuführen? Darf man wegen einer Ruhestörung so ohne weiteres die Wohnung betreten? Das schauen wir uns gleich ganz genau an. Bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz zum heutigen Werbepartner. Kein Unbekannter für euch, ihr kennt ihn alle. Das ist Clark, die Versicherungs-App, die immer dafür sorgt, dass ihr optimal versichert seid. Die überprüft regelmäßig, ob ihr noch die idealen Versicherungen habt und schlägt dann kostenlos Versicherungen vor, die ihr annehmen oder ablehnen könnt. Wenn man das will, wird sogar automatisch optimiert. Und das aber nur nach Rücksprache mit euch und ihr bekommt dann entsprechend vorher Bescheid, habt Zeit, den Änderungen zu widersprechen. Ihr überprüft eure Mails auf Änderungen und habt dann die volle Kontrolle über euren Versicherungsschutz. In der Regel geht es darum, dass etwas optimiert wird und es am Ende für euch sogar günstiger ist. Ein wichtiger Hinweis, Clark tritt für euch als Versicherungsmakler auf. Das hilft dabei, die Verträge zu kündigen oder neu abzuschließen. Das betrifft dann auch euren vorherigen Makler. Der ist dann nicht mehr euer Makler. Wenn ihr den kennt und guten Connects zu dem habt, dann ist Clark natürlich nichts für euch. Das müsst ihr einfach nur im Kopf behalten, dass man dann entsprechend den Makler wechselt. Aber klar ist auch, wenn es doch was für euch ist, dann solltet ihr den CoAS-Code mal abscannen oder auf den Link in der Videobeschreibung gehen. Mit dem Code WBS14 erhaltet ihr für jede hochgeladene Versicherung einen 15-Euro-Gutschein für mehrere Händler, darunter Amazon, Ikea oder Douglas. Und ja, das könnte etwas sein. Ihr spart also nicht nur durch die optimierten Versicherungen, sondern auch noch kriegt ein bisschen Geld dafür von Clark. Ja, es ist so, dass es ein hohes Grundrecht gibt, Unverletzlichkeit der Wohnung. Das ist geregelt in Artikel 13 unseres Grundgesetzes. Und da steht drin, dass man eine Wohnung in eine Wohnung nur eintreten kann, wenn man eine besondere Ermächtigungsgrundlage hat. Und hier besteht der Bürger auch ganz klar auf seinem Grundrecht und weiß, dass es diesen Artikel 13 Unverletzlichkeit der Wohnung gibt. Und er auch immer wieder betont, der Staat darf doch nicht in meine Wohnung eindringen. Das ist mein Grundrecht. Er kennt es ja also ganz gut aus. Also er hat da Ahnung. Er sagt, die eigenen vier Wände, die sind heilig. Jetzt geht es hier um eine angebliche Ruhestörung. Wir befinden uns im sogenannten Gefahrenabwehrrecht. Ja, auch die Nachtruhe kann als Gefahr angesehen werden. In die gefährdete Nachtruhe und im Polizeigesetz Baden-Württemberg finden wir auch eine Ermächtigungsgrundlage. Ich habe mir das Polizeigesetz Baden-Württemberg mal herangeschaut, wann man Wohnungen betreten darf. Das ist Paragraf 36. Da steht drin, die Polizei kann eine Wohnung gegen den Willen des Inhabers nur betreten, wenn dies zum Schutz eines Einzelnen oder des Gemeinwesens gegen dringende Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. Ja, also da muss man sich jetzt verschiedene Begriffe mal anschauen. Dringende Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Man braucht aber auch keine richterliche Anordnung. Das ist anders als bei einer Durchsuchung. Also haben wir es durch die bloße Meldung einer Ruhestörung, denn mehr ist ja jetzt erstmal nicht passiert, mit einer dringenden Gefahr zu tun. Ja, dringend ist eine Gefahr, wenn der baldige Eintritt eines ernsthaften Schadens zu erwarten ist. Eine Ruhestörung ist erstmal eine Gefahr, nämlich eine Gefahr für die Nachtruhe der Nachbarn. Ja, und die Ruhestörung, die ist meistens auch noch nachts. Und weil sie nachts ist, ich kenne jetzt nicht ganz genau die Uhrzeit, wann die Polizei hier vorbeigekommen ist, dann könnte auch noch der Satz 2 wichtig sein. Hier, während der Nachtzeit ist das Betreten nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr oder schweren Gesundheitsgefahr für einzelne Personen zulässig. Das heißt also, wenn es jetzt wirklich eine Nachtruhestörung wäre, dann wird es noch schwieriger für die Polizisten, überhaupt in eine Wohnung einzutreten. Da muss es um Feuer- oder Explosionsgefahren gehen. Das dürfte sowieso schon nicht der Fall sein. Und Nachtzeit ist zwischen 21 und 6 Uhr morgens. Könnte also durchaus sein, wenn das jetzt nach 21 Uhr war, gibt es kaum eine Chance für die Polizei, die Wohnung so ohne weiteres zu betreten. Und darüber hinaus gibt es auch noch die sogenannte Verhältnismäßigkeit. Die Verhältnismäßigkeit sagt, naja, sie muss erstmal hinter der Tür bleiben, die Polizei, und mit dem Störer sprechen. Das wäre erstmal das mildeste Mittel hier. Erstmal checken, wie ist die Lage, solange er nicht zu Widerhandlungen hier durchführt oder irgendwelche Weisungen der Polizei ignoriert oder irgendwelche weiteren Gefahren wahrgenommen werden. Etwa weil die Polizei Drogen irgendwo rumliegen sieht. Dann gäbe es auf Basis der sogenannten Strafprozessrechtsmöglichkeiten wegen Gefahr in Verzug, die Wohnung zu betreten. Da gibt es hier keinen Grund, warum man die Wohnung betritt. Relevant dürfte auch noch sein, es lag offenbar auch keine Ruhestörung vor. In dem Moment, als die Beamten kamen, war außer einem Fernseher nichts zu hören. Der Mann fragt dann die Polizisten rhetorisch, ob sie irgendeine Party hier hören oder ansonsten eine erhöhte Geräuschkulisse. Er sei vor dem Fernseher eingeschlafen. Deswegen seien die Polizisten komplett zu Unrecht ausgerückt, sagt er an dieser Stelle. Ich bin hier auf dem Bett eingeschlafen, gibt es hier irgendeine Ruhestörung, findet hier irgendeine Party statt. Also keine Party, keine Ruhestörung und er kennt das Spektakel schon. Das Ganze ist nämlich nicht zum ersten Mal passiert. Welche Nachbarn? Es sind drei Parteien hier im Haus. Also es können nur eine von drei Parteien sein. Und ich habe das im Job auch schon mal gehabt. Und wissen Sie, was ich gerade richtig spreche? Ja, also er kennt das schon. Es gab es schon mal. Und es steht fest, die Beamten, die konnten nicht mal den Lärm wahrnehmen, hatten auch sonst keine anderen Anhaltspunkte für Gefahren oder Straftaten. Dann, muss ich sagen, durfte auch niemand hier die Wohnung betreten. Insofern lag er erst mal richtig, als er gesagt hat, hier darf keiner in die Wohnung rein. Aber wir werden gleich sehen, er hat dann auch noch Fehler gemacht und hätte dann dafür auch die Möglichkeit, eine Anzeige zu kassieren. Bevor wir euch das aber näher erläutern, kommen wir erst mal zum Werbepartner des heutigen Videos. Den kennt ihr alle, Clark. Clark ist die Versicherungs-App, um eure Versicherungen zu optimieren und Überblick über eure Versicherungen zu behalten. Clark überprüft regelmäßig eure Versicherungen, schlägt euch kostenlos neue, bessere Versicherungen vor. Die könnt ihr dann annehmen oder könnt sie auch ablehnen. Und wenn Clark feststellt, dass euer aktueller Schutz irgendwo auch günstiger zu bekommen ist, dann optimiert Clark eure Verträge nach Rücksprache mit euch. Natürlich, ihr kriegt vorher Bescheid, könnt das dann auch ablehnen und sagen, nee, ich will hier keine Änderung haben. Je nachdem, was am Ende für euch günstiger, besser ist, könnt ihr frei auch entscheiden. Clark tritt übrigens auch als Versicherungsmakler auf, das müsst ihr wissen. Das heißt, wenn ihr mit diesem Versicherungsmakler die Möglichkeit habt, Verträge neu abzuschließen oder zu kündigen, so läuft das bei einem Makler, müsst ihr aber auch wissen, dass der alte Makler dann zu Clark wechselt. Das heißt, wenn euer Kumpel beispielsweise Makler ist, ihr bei dem die Verträge hattet, dann müsst ihr einfach wissen, die Verträge wandern dann rüber zu Clark. Wenn ihr keinen hattet, dann ist das natürlich unproblematisch für euch. Wollt ihr bei eurem Kumpel bleiben, dann wäre Clark nichts für euch. Es ist auch noch so, ihr könnt natürlich die Tipps von Clark annehmen, müsst es aber nicht. Das ist natürlich jedes Mal eine neue Entscheidung, die ihr treffen könnt. Falls das was für euch ist, dann scannt mal den QR-Code oder geht auf den ersten Link in der Videobeschreibung mit dem Code WBS14. Dann bekommt ihr für jede hochgeladene Versicherung einen 15-Euro-Gutschein für mehrere Händler, Amazon, Ikea, Douglas und, und, und. Das gerne mal auschecken an dieser Stelle. Also, ich habe es schon gesagt, unser Bewohner ist nicht ganz unschuldig in dem ganzen Szenario. Er könnte sich nämlich selbst einer Beleidigung strafbar gemacht haben. Das schauen wir uns mal an. Er sagt nämlich zu der blonden Polizistin, die in der Tür steht und die den Kurzhaarschnitt hat folgendes. Das sehen wir hier. Vorne mit dem Nazi-Haarschnitt. Er sagt, die Frau hier vorne mit dem Nazi-Haarschnitt. Er meint offenbar die Frau an der Tür, deren Frisur ich eher als moderne Kurzhaarfrisur mit trendigem Sidecut bezeichnen würde. Seht ihr jetzt nicht, weil ich sie verpixelt habe. Fakt ist jedenfalls, das Ganze könnte den Straftatbestand der Beleidigung 185 Strafgesetzbuch erfüllen. Ja, was ist eine Beleidigung? Das ist die Kundgabe der Missachtung eines anderen Menschen. Ja, man könnte argumentieren, dass die Aussage vielleicht als freie Meinungsäußerung zu sehen ist. Kann man argumentieren. Man könnte auch sagen, naja, er kritisiert ja nicht die Frau direkt. Er kritisiert nur, in Anführungsstrichen, ihre Frisur. Aber die Meinungsfreiheit hat natürlich auch ihre Grenzen. Immer dann, wenn die persönliche Ehre eines anderen angegriffen wird. Und wenn man jetzt sagt, deine Frisur ist Nazi-Haarschnitt, ja, dann beleidigt man damit ja in gewisser Weise auch die Frau. Denn jeder Mensch sucht sich seine Frisur in der Regel freiwillig aus. Und insofern ist die Aussage Nazi-Haarschnitt eine Abwertung der Person. Das könnte also noch eine Anzeige der Polizistin nach sich ziehen. Das könnte ihm an dieser Stelle drohen. Und ja, das ist allerdings nicht das Einzige, was ihm drohen könnte. Denn da kommen wir jetzt auch gleich zu, er hat die Polizisten ja gefilmt. Und das ist auch nur eine klassische Fragestellung. Was ist eigentlich, wenn man Polizisten filmt? Kann das überhaupt rechtens sein? Tatsächlich beißt die Polizei ihn diesmal darauf hin. Und sie sagen, sie dürfen uns nicht filmen. Das schauen wir uns auch mal an. Hier die Hinweise. Doch, darf ich in meiner Wohnung alles. Also ganz kurze und knappe Aussage. Ich darf in meiner Wohnung alles. Frage, hat er recht? Es gibt dutzende Urteile. Zum Fragestellung, darf man Polizeieinsätze in Bild und Ton aufzeichnen? Amtsgerichte, Landgerichte, mittlerweile auch von Oberlandesgerichten, habe ich gefunden, Frankfurt, Zweibrücken, Düsseldorf. Aber die Rechtslage ist nicht rechtslos geklärt, wann man Polizisten in welchen Situationen filmen darf. Eine BGH-Entscheidung, die steht hier noch aus. Da war es früher so, dass die Polizei oft gesagt hat, naja, es gibt die sogenannte Vertraulichkeit des Wortes, selbst wenn ihr uns filmt. Aber das, was wir hier sagen, das ist ja vertraulich gesprochen. Und deswegen darf der Ton nicht aufgezeichnet werden. Wir dürfen uns zwar filmen, aber den Ton nicht aufzeichnen. Da haben aber dann zwei Oberlandesgerichte in Zweibrücken und Düsseldorf dagegen entschieden und gesagt, damit kommt ihr nicht durch, ihr Polizisten. Danach war das Film von polizeilichen Einsätzen zulässig, auch mit Tonaufzeichnung. Spannend fand ich eine Entscheidung, die ich euch rausgesucht habe vom Landgericht Hanau. Die sagen, wenn bei einem Polizeieinsatz die Bodycam läuft, des Polizisten, dann darf man auch wieder filmen. Das ist reine Film, okay. Und ich hatte gedacht, hier blinkt sowas. Das seht ihr hier oben links. Da dachte ich so, das könnte die Bodycam sein. Der blonden Polizistin seht ihr hier in der Mitte des Bildes. Also insofern wäre dann nach Landgericht Hanau das Filmen wieder in Ordnung wegen der laufenden Bodycam der Polizisten. Aber was im Zweifel nicht in Ordnung ist, ist es, die Aufnahmen direkt zu veröffentlichen, ja sogar live zu streamen, ohne die Beamten unkenntlich zu machen. Denn das direkte Stream, das dürfte gegen das Persönlichkeitsrecht der Beamten verstoßen und ihr Recht am eigenen Bild. Denn klar, man muss immer abwägen, welche Rechte hat hier wer. Die Meinungsäußerung des betroffenen Bürgers und die Persönlichkeitsrechte der Polizisten, da wurden die Namen genannt, die Namen auch der Nachbarn wurden genannt. Und da muss man sagen, Oberlandesgericht Frankfurt hat 2021 schon entschieden, dass wenn man solche Aufnahmen ins Internet stellt und die eben nicht verpixelt, dann begeht man eben eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Es gibt auch keinen Grund, warum die Nachbarin hier beispielsweise persönlich genannt werden müsste. Der Mitbürger beteuert allerdings, er hätte deswegen hier einen Grund zum Filmen. Schauen wir uns auch mal an. Und ich habe das angekündigt. Und ich wollte keinen Ärger. Also er sagt, ich habe das Film angekündigt. Ich wollte ja keinen Ärger. Ich habe es angekündigt. Aber das nutzt ihm im Zweifel nichts. Nur wenn man es ankündigt, kann man nicht sagen, ich darf jetzt hier jemanden live streamen. Das ist nicht so ohne weiteres möglich. An dieser Stelle kurzer Hinweis in eigener Sache. Falls ihr einen Job sucht, sowohl als Anwalt, vielleicht seid ihr gerade fertig geworden, da suchen wir Leute im Internetrecht und Datenschutzrecht. Oder als Rechtsanwaltsfachangestellte oder Bürokrauffrau. Dann bewerbt euch jetzt bei uns. Hier unten in der Caption findet ihr den Link zu unseren Jobs. Und hier seht ihr Join Us, Rechtsanwaltsfachangestellte, studentische Hilfskräfte, Büroaushilfen und, und, und. Also wir suchen jede Menge Leute, Rechtsanwälte. Und deswegen bewerbt euch sehr, sehr gerne bei uns, wenn ihr sagt, bei denen will ich arbeiten. Auch in Remote lassen wir gerade. Jobs zu. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt in Köln wohnen. Also wer 2024 neu durchstarten will, unten in der Caption mal gucken. Ja, dann geht es heute darum, dass die Beamten den Personalausweis des Bewohners haben wollen. Sie meinen, dazu berechtigt zu sein. Der Bewohner selbst ist anderer Meinung, verweist darauf, dass die Polizisten ja selbst zugegeben haben, ihn zu kennen und dass sein Name ja an der Tür stehe. Ja, der Mann, der Beamte meint aber, es sei sein gutes Recht, die Personalien festzustellen. Das seht ihr hier. Schwierig generell mit Ihnen zu kommunizieren. Sie müssen sich auch vielleicht mal selbst reflektieren. Die Kollegin wollte von Ihnen etwas. Das ist ihr gutes Recht, die Personalien festzustellen. Nein, Rechtsgrundlage. Also nein, Rechtsgrundlage. Gucken wir uns natürlich auch mal an. Die Rechtsgrundlagen hatte die Polizei vielleicht nicht parat, aber natürlich euer Kanal WBS Legal. Den solltet ihr abonnieren, wenn ihr Rechtsgrundlagen sucht. Es geht ja vordergründig um die potenzielle Ruhestörung. Daher ist die Rechtsgrundlage für eine Identitätsfeststellung auch das Polizeigesetz Baden-Württemberg. Ja, und da darf die Polizei präventiv tätig werden, um Gefahren abzuwehren. Das heißt, ich habe ins Polizeigesetz geguckt, da findet man den Paragrafen 27 Personenfeststellung. Da kann die Polizei die Identität einer Person feststellen, um im Einzelfall eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren oder Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Das ist also die Rechtsgrundlage, wenn die Polizei eben sicher gehen möchte, dass kein Einbrecher da ist. Ja, dann kann sie sagen, okay, gib mal deinen Perso, dann weiß ich, dass hier die richtige Person wohnt. Aber ganz ehrlich, dass der, der da gerade filmt, jetzt nicht gerade ein Einbrecher ist, den Eindruck macht, die ganze Szenerie ja nicht. Das heißt, Gefahr für die öffentliche Ordnung, dafür ist es nicht notwendig, jetzt den Perso sich zeigen zu lassen. Er macht auch keinen verwirrten Eindruck. Er weiß nicht mehr, wer er ist. Und es kommt ja sogar noch dicker. Die Polizei weiß ja, wer der Mann ist, aufgrund vorheriger Einsätze. Und insofern ist eine Identitätsfeststellung hier unnötig und meiner Meinung nach aufgrund von sicher der Mannschaft im Köln-Ton-Sosterer zu stellen und hier kann man die Leute in unserer Köln-Ton-Ton-Ton nicht mehr so gerne auf den Köln-Ton-Ton-Ton. aber es sieht gut aus, das ist die ganze Zeit. Und da war das so lange, das ist eine solche Einbrecher. Und da war der Leitungen, der Leitungen ist mit der Köln-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.